auch wenn es aufgrund der außergewöhnlich milden temperaturen noch nicht jeder mitbekommen hat in nicht mehr einer woche ist weihnachten und das bedeutet auch scs software ist in weihnachtsstimmung geraten und hat das winter event gestartet da der weihnachtsmann am nordpol nur begrenzte transportkapazitäten hat müssen wir uns jetzt selbst daran machen alle geschenke auszuliefern und natürlich gibt es auch wie jedes jahr eine kleine entschädigung aber dazu später mehr nun erstmal was ist überhaupt zu tun ihr müsst entweder im euro truck simulator 2 oder im american truck simulator jeweils zwölf spezielle externe aufträge abschließen diese teilt ihr frei nachdem ihr euren ersten eigenen lkw gekauft habt und euer spiel mit dem world of trucks netzwerk verbindet dazu zählen unter anderem weihnachtszuckerstangen weihnachtskerzen weihnachtsdekoration weihnachtsschokolade und noch einiges anderes diese findet ihr vor allem an den großen hafenstädten am einfachsten lassen sich diese durch ein rotes geschenkband am trailer identifizieren was bekommt ihr dafür wenn ihr diese zwölf lieferung abgeschlossen habt erhaltet ihr die starlight burst lackierung im euro truck simulator oder die edge tracer lackierung im american truck simulator sollte das große community goal mit den eine millionen aufträgen ebenfalls erfüllt werden erhalten alle spieler die die obrigen bedingungen erfüllt haben den first class menü hintergrund und die magical spiral kabinendeko dazu habe ich aber leider keine bilder gefunden also lasst euch einfach überraschen wie die aussieht übrigens wenn ihr sowohl im euro truck simulator als auch im american truck simulator jeweils zwölf event aufträge abgeschlossen habt mindestens erhaltet ihr zusätzlich eine zitat ordentliche süße und besondere indekoration für beide spiele es gibt also wieder einiges zu tun also schwingt euch in das steuer und allzeit gute fahrt gibt es